Ja und damit herzlich willkommen zurück bei Trouble in Terrorist Town mit Kundra Neffias, Kapuzenwurm, Good Gaming, Maxi McFly, Dalukat, Fisk, Rage, Pixelspans und Botzer Ungdauer! Das bin ich! Das ist der! Hallo, Bosteckabroben. Was drückt eigentlich immer dieses Ja am Anfang von deinen Einleitungen aus? Wem stimmst du damit zu? Das ist Schleichwerbung für Rewe. Das ist so ein Dänen-Ding, das macht Maxi auch immer. Ja und damit herzlich willkommen. Das ist, wir drücken den Aufnahmeknopf und dann sehen wir, die Aufnahme läuft, ja! Ja, was soll ich jetzt sagen? Pixel hat eingekauft und den Goro-Bay gemacht, den klassischen Goro-Bay. Den echten. Du bist Dete-Botster. Hast du es auch gesehen? Dete-Botster. Was kommt hier? Noch jemand, der von oben wohnt? Ja, da kommt noch einer. Gelbe Schrift, das kann nur Dalu sein. Wer schießt da? Dete-Botster. Wurde doch schon gemordnet. Dete-Botster. Dete-Botster mögen wir. Da Goro wieder. Goro schießt, Goro. Da sind so viele, wo es Nils ist. Nils ist! Goro schießt, Goro schießt. Nils Holgersson. Aua! Nils Holgersson. Ich hab ein Hause, Diff, du, de Pferde. Diff, er hat Goro angeschossen. Das war ich nicht. Leute, da drin ist jemand böse. Dete-Botster. Hinter mir, da. Aua, Aua, aua. Wieso? Wieso? Ja, warum nicht? Ne, warum schießt ihr? Ich hab 13 AP, wer war das? Blöde Frage, warum, warum? Leute, Tau da, Tau da. Tau da. Tau da, wenn ihr ihn sitzt. Mette Waffe ist voll. Dalu, es lebt noch. Kann ich verhauen? Ja, ich war... Ich lebe ich noch, aber ich bin es ja nicht. Nein, du bist rot. Tau da auf, komm mal her. Tau da auf, komm mal her. Du bist du. Heal, bitte. Zwei Headshots. Heal, backflash, please. Ähm, der Dete soll ich mal aufhören, darum zu folgen. Dete, backflash. Da kommt noch ein Date ringer an. Dete, backflash. Oh, wo ist er? Wo ist er? Hinter mir. Thank you. God bless you, my child. God bless you. Ave Maria. Okay, jetzt die Plasma, bitteschön. Dankeschön. Ich habe einen Pizzelspaß gesehen, der steht auf meiner Liste. Ah, der ist bei Goro. Da liegt ne Grafenkarte. Was hast du da drin gemacht? Goro schießt auf Pizzelspaß? Ja, hallo. Schießt Goro ab, Goro ist tot. Was schießt Goro ab, Goro ist tot? Ja, Dalu war als Goro rumgelockt. Hast du eine Leiche, confirm bitte? Beine. Oh, unten, 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 unten. Oh, 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 oh. Wo wurde geforget? Ah. Ah, da flogen wir. Ist er jetzt endgültig tot, oder? I don't know. Ich hoffe mal, eigentlich. Das hat ja lang genug getan. Ich sterbe niemal. Oh my god. Halt, Polizei, Halt, Polizei. Ah, schade. Wir haben gut gespielt. Habe ich Dalu mit der Vergiftung noch erwischt, ey? Ja, ja, ich hatte ja nicht mehr viel. Das war meine Vergiftung. Die Dates müssen bitte aufpassen mit dem Hut, weil ich glaube, das hat Dalu fast verrottet mit dem Dead Ringer. Ja. Die wollen halt für ihr Videomaterial was haben. Ja, der arme Pixel. Jo, kommt vor, würde ich sagen. Allein die Frage von Gokwebe, warum? Ich bin dieser Gelben Spur gefolgt im Badezimmer. Ich wusste, dass da einer drin ist. Ja. Warum folgst du der Gelben Spur? Weiß nicht, weil da jemand anderes gemessen wird. Ja, ja, du bist der Walter. Aber warum? Was ist deine Motivation? Weiß nicht, Watete. Lauf, Jungs. Ja, ich bin im Pool jetzt. Ich bin im Pool jetzt, kannst du dazu kommen. Halt, ich bin im Pool jetzt. Bootsdam will mich im Stuhl ersprachen. Bootsdam will mich im Stuhl ersprachen. Bootsdam will mich im Pool. Bootsdam will mich im Pool ersparen. Ey, Goro, verfolg mich. Ich bin mit Goro im Pool, wenn ich jetzt tot bin, ist ich tot. Ich glaub Nefi hat mich einfach nicht... Bist du tot? Ich bin der Heim. Ich bin der Heim. Ich bin der Heim. Taktiv könnte das ja mal in Betracht ziehen. Ich hab extra mal ein Magneto-Stick rausgeholt. Was hat Goro rausgeholt, Leute? Die beiden verfolgen mich die ganze Zeit schon. Warte, warte, warte. Ich hab dir was mitgebracht. Oh mein Gott, sie haben Fiss getötet. Eine Seerose. Maxi, Maxi McDy. Wow, es ist Grenz. Es ist Grenz. Schluss mit Spielen. Jetzt wird's ernst, Pixi Spaß. So, I don't give a shit. Jetzt geht's ab hier. Nächsten. Nächsten. Dalo ist auch tot. Besiegt hab ich ihn. Heilo wär nicht schlecht. Ja, Pixi Spaß. Du stirbst eh. Oh Dalo! Umgeflogen ist er. Aber, er hat... Es ist Nefiass, Nefiass. Nefiass. Oh, warte mal. Ich hab meine großzügige Gitarre und hol den Pixi Spaß als... Nein! Oh, die Runde war so schön. Wer von euch hat den Fiss getötet? Ich? Pixi Spaß, warum hast du nicht mehr erschossen am Anfang? Pixi, was du lebst? Wie fühlst du dich? Schlecht. Weil er seinen ersten Random Kill gemacht hat. Pixi, warum hast du mich am Anfang erschossen? Ich hab dich doch gar nicht erschossen. Doch, du hast Grants nicht getroffen und mich zweimal hinter ihm mit einem Shotgun angeschossen. Ups. Das ist nicht erschossen. Das sehen wir hier raus. Das funktioniert eigentlich. Steht hier schwarz auf weiß, ey. Ja, das tut mir leid. Na, Hotschippast, Hotschippast. Hast du einen richtigen... Den ist er jetzt doch raus, oder? Aber warum hast du Grants verraten? Ja, wir können ja gleich uns nach... Was? Weil ich dachte, ich überleb das und dann hätten wir ohne Probleme aufgeräumt. Eben. Aber ich war ja direkt tot. Ich hab auch schon Headshots ohne Ende verteilt, ey. Und dann... So war's. Oh, ich bin Innozent, möchte ich sagen. Innozent. Ich bin Innozent. Was willst du von mir? Du hast mir was in den Kopf gemacht. Das ist hier ne Granat. Warte. Ist das hier ne Granat? Ist das hier ne Granat? Ist das eine Granat? Wo ist der Stift? Ich hab die Melone zerstört. Zeig um dran. Zeig um dran. Läuft bei euch. Das ist aber gern, Junge. Weißt du, du spielst schon Geris Mod, ne? Und dann... Geri! Geri! Da kommt der Laptop gefangen. Hoppa! Bald kommt noch Geri Mod 2. Geri Mod! Nefi! Das war Nefi! Ja, ich war da! Nefi was? Nefi was? Nefi was? Nefi was? Nefi was? Du bist der einzige Traitor für mich. Frag den Fisk, der kann das bestätigen... Hallo, ich bin Boston. Fisk ist es auch. Kapuze ist noch ein Mädchen. Kapuze war... Hier, hier Mord im Kino! Dum 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 dum. Detektiv bleibt auch hier! Hast du das gesehen, Fisk? Ey... Kapuze... Leute! Ich hab hier einen Traitor eingesperrt! Der da drinnen muss Traitor sein, da ist einer vergiftet und einer tot! Wo? Da drin ist TauTau. Und einer ist vergiftet! TauTau... Hab ihn! Halt nicht! Warum machst du das, Fisk? Mach wieder zu, sonst müssen wir doch nicht mehr... Ihr klärt das jetzt! Ihr identifiziert doch mal TauTau! Ihr müsst das jetzt erklären! Mach die dann! TauTau war zu sehen! Wieso wurde denn Goro getötet? Goro und ich haben doch TauTau gekillt! Warum schießt ihr denn hier random rum, Leute? Random! Er hat random gesagt, dass er ist! Er ist es! Raus hier! Raus! Er will nicht machen, Leute! Tür zu und raus! Dete, guck's dir genau an, was er macht! Nichts zu sehen hier drin! Ich versteck mich hinter... Nur du weißt, dass das nicht random war! Oder random war! So! Ich hab gesagt, Tür zu! Guck, wie er zu mir kommt! Er will mich, ey! Wotzer hat geschossen! Ja, auf Pixel! Ja! Unglaublich! Nein! Und Nephi ist es! Können wir Nephi abschießen? Hallo! Ja, er ist jetzt erst hergekommen! Weil er so weit weggekämmt hat! Weil er aufs Dach geflogen war mal wieder! Goro! Hallo! Alter, wie viel ist denn da drin los? Oh, AfK? Ja, war! Nee, war! Wir mussten ihn ein paar Mal links und rechts ziehen! Ja, John! Ja, John! Oh! Oh! Ah! Die finden mich schwerer nie! Oh! Ja! Bist du dann weg? Einfach? Das hab ich mich schon immer bei Skyrim gefragt! Warum dein Gewicht halt niedriger wird, wenn du das Essen isst! Oh! Oh! Das hast du wieder sowischen Fragen! Finde mal shit! So'n Verdacht! Irgendwie ist es hier in dem Raum nicht peinlich, aber es ist cool, weil es ein neuer Raum ist! Der hat jetzt... Ich geh wieder in meinen Raum, ey! Dass jemand gestorben hat! Nee! Ich hab gesagt, es ist Pixelspaß! Damit bin ich safe! Ja! Maxi, Pixelspaß und Tautau, oder was? Warum hat Pixelspaß nicht getötet, nachdem ich das Pier angestellt habe? Weil das auch Patrick hätte heißen können! Ja, weil... Wollen wir ihn verfolgen? Er hat ja... Er hat ja eh gesagt, ich schieße einen Rennen! Warum ziehen wir das Ausreden auf? Aber das Goro da eiskalt abgestochen wurde... Das ist zu viel geredet, Tautau! Ich hab... Wieso Ausreden lassen? Du bist böse und wirst erschossen! Na, hey! Pass auf! Ich bin doch Fußball geguckt! Sorry, war ich kurz aufgeregt! Ich hab versucht, die Situation zu erklären! Ja, aber die brauchst es ja nicht erklären! Das war doch eindeutig! In einem Raum sind drei Leute! Einer ist vergift, zwei sind tot! Und noch war keiner Traitor! Rätig ist nötig! Kannst ja nur du gewesen sein! Dann war ich schnell... Dann geh ich rein, töte den Traitor und werde selber hingerichtet! Ja, das war halt ein bisschen Shit-Happens! So, jetzt bitte alle auf die Plattform stellen! Ich mach jetzt auf und ihr werdet alle sterben! Ey, mein Plan ging auf! Ey, ich schieße jetzt in meinen Abkapuze! Ey, ich bin doch nicht abgeschossen! Goro! Wieso ist das jetzt passiert? Wieso hat der Detective einfach auf Leute geschossen? Ich hab nicht geschossen! Ich heil dich gleich! Er ist Farbenblendend! Er dachte, er wäre Traitor! Alter! Direkt am Anfang der Runde schießt du mir den Tupac an! Und wann kriege ich jetzt die Heilung? Gleich, wenn wir McFly getötet haben! Wenn wir einen Traitor getötet haben! Was? Oh, ich bin tot! Darf ich in der Menge einen testen, ob er Traitor ist? Ey, du hast einen Schaden gemacht an mir! Kein Test! Guck mal, ob der Traitor ist! Er hat nichts gesehen! Ey, der ist weggehauen! Ey! Entschuldigung! Putze schnell! Putze schnell! Kapuze, guck! Was macht ihr hier eigentlich? Kapuze! Ich hab auch nichts gesehen! Nein, aber es kostet! Wer hat auch keinen Spaß? Ey! Ich glaub Fisk ist es! Dallu! Äh, was? Äh, Fisk ist auch tot? Hä? Oh mein Gott, sie haben Fisk ist es! Dallu ist Traitor! Halt's ab! Wo ist er denn? Ich wurde random angeschossen! Ey, er hat mich aufgeschossen! Nein! Ich werd noch geheilt! Detektivgoss versprochen! Ja, Kundran! Er hat sich versprochen, ey! Nein! Leute, Kundran! Deadringer! Kundran! 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 Na, hallo ist ein Deadringer, pass auf! Nein! Wo ist er denn? Nein, brauche ich noch, brauche ich noch! Kriege ich Heilung? Ja! Ja, er ist noch beim Billardraum! Der hat einen beim Billardraum! Nein! Da braucht ein Doorbox dann! Ja, da drin ist er! Oh mein Gott! Hau doch ab da! Hättet ihr nicht ein bisschen länger ablenken können? Wer kommt da? Ich bin die Kalis, die mir macht vorher nix aus! Ja, lach nicht zu früh, ey! Ah! Ah! Schau! Lach zu früh! Nefe ist auch schuld! Goro ist schuld! Der random Killer! Ich dachte mir schon so scheiße! Das heißt, TauTau ist safe, denn es ist Maxi! Da kommt er mit ner Taube! Da kommt er mit ner Taube! TauTau, geh aus der Schussbahn! Oh mein Gott! Ich bin alone in the dark, ey! Das Spiel! Wie soll das werden? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Fade! Gerade am Visiergang! Der wird nicht aufgebraucht! Hätte ich 50 HP mehr gehabt, wär die Runde kein Problem gewesen! Hätte ich keinen Schaden bekommen, hätt ich gewonnen! Er hat mich einfach auf die Hälfte geschossen! Ich hätt dich auch geheilt, hättest du nicht so viele Leute getötet! Was? Eindurft dich! Und dann ist Fisk einfach umgefallen! Er kam da um die Ecke, hat geschossen, hat sich verpisst und da war klar, dass er einfach Fisk! Fisk! Ich hab drei Leute noch mitspielen! Aber Kunran, der mich entschlossen hat, oder? Leute kennen wir mal! Oh nee! Du warst mein Target am Anfang! 5 Sekunden mitspielen darf! Soll ich Fisk am Anfang direkt töten? Ja! Und ich Kunran! Dann gucken wir einfach mal, wie viele Trader noch leben! Okay, ich hab auch nicht mehr Kunran! Schwert mit Stuhl werfen, Fisk! Bah! Ich glaub Kapuzis wird AFK heute! Ha! Wie er wegrennt! Hab ihn! Leute! Kapuzis ist AFK! Ich hab ihm das Haus hier gehört! John Cena! John Cena! Goro, hast du mich schon wieder angeschossen? Aber ja! Halt! Halt! Goro, du hast mich schon wieder angeschossen! Goro, du hast mich schon wieder angeschossen! Wisst ihr, wen das Haus gehört? Natürlich! Was ist los? Das Goro ist es auch! John Cena! John Cena hat mich nicht angeschossen! Was ist los? Die Tastatur des Todes fliegt! Warum ich so gehört bin, weil ich hier ein John Cena drin war! Achso! Wie? Oh! Wer war das? Ihhh Max! Alter Nephi hat hier grad wieder abgeknallt vor meinen Augen! Ich hab keinen abgeknallt! Ich hebe ne Waffe! Nefi hat Fisk getötet! Nein! Hab ich nicht! Ja, ich glaube schon! Nein! Ich habe ne Waffe! Ich würde sagen Nephi war's! Da siehste! Denke auch Nephi! Schieß doch Tau Tau! Ja! Ich hab ne verdammte Schrotze! Ne Arschloch-Schrotze! Ne Arschloch-Schrotze! Ja! Dann passt! Dann ist doch gut gegen dich! Boah! Oh! Jetzt schießt er auf mich! Paolo ist es! Nein! Doch nicht! Warum soll ich es jetzt schon wieder sein? Geheimgarten! Oh Gott! Knife-Rissix-In-On-Stone! Oh! Ich werde abgeschossen! Wo? Oh! What's up? Ich bin auf deiner Seite! Ich hab doch Nephi verraten! Bist du dir da sicher? Ja! Hör doch hin! Da! Oh! Der Booster! Da ist er! Nein, doch nicht! Was? Was? Was war jetzt? Was? Was war jetzt? Was war er? Hast du Ton aus? Nein, ich hab's gehört! Aber was war das? Oh! Die war knapp! Na ruhe doch! Oh! Da ist er! Da ist er! Oh nein! Ich bin geflascht! I can see you! Ich bin geflascht! Boah! Unglaublich! Ey TauTau! TauTau als Target zu haben! Das ist so hart! Weil der hat immer den scheiß Health Boy drin! Und du ballerst auf den! 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 Und der den Health Boy in 200 HP gibt! Achso ja! Achso ja! Der Fisk am Anfang! Das ist schon schön! Ja schön! Wieso ist denn nicht mehr Goro das? Aber ich hab Fisk nicht erschossen gehabt! Die Harpune war so knapp! Wurde rausgekehrt! Das war meine Harpune! Hinter dir an die Wand ziehen! Alter, block doch! Da waren eigentlich viel mehr Leute drin! Ja, drei Leute waren drin! Und Goro hat schon wieder einfach auf mich geschossen! Jetzt hat keiner mehr mit auf dich geschossen! Sonst hätten wir dich vorher gekillt! Goro, was war da los? Ich hab nicht auf dich geschossen! Du bist rausgekommen aus dem Raum und hast mich direkt mit der Tiedel abgeschossen! Ich hab dich nicht erschossen! Hey! Erschossen hast du nicht! Oh, direkt mit Plasma an Nephi, wenn ich's werd! Goro! Goro hat schon wieder Dalu direkt am Anfang gemacht bestimmt! Nee, Dalu läuft hier grad rum! Dalu ist diesmal Täter! Ach scheiße! Ich wollte mir was kaufen! Hier trinkt aber trotzdem jemand! Außen! Ja, das ist Goro! Wo? Das muss die Goro sein! Draußen, hat er gesagt! Nephi, du hast nicht getrunken! Da ist Pixeln und da ist Kumpel! Nein! Ciao, ciao! Okay, das war wohl gegen Pixeln! Ich glaub, Pixeln macht mich gleich! Irgendeiner hat also ein Duell gegen den Herrn und musste sich vollheilen wieder! Ich bin doch Inno! Ich hab gesehen, wie Koro wen gemacht hat! Ey, irgendeiner hat, wer hat, hat irgendwer wen von Anfang random angeschossen? Pixel! Bei der Bücherei! Buchstabier mal Innocent rückwärts! Ja, glaub ich! Ja, dann los! Warte! Hat keiner von euch am Anfang random damage gemacht? Ich bin Anna! Oben Bücherei! Ich bin Anna! Immer noch! Du hast nur drei Sekunden, dann sonst... Da ist er am Schießen, ey! Pixel ist es! Ja, ja! Da im Raum, da du, links, 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 links! Hier? Da war Goro drin! Fisk ist safe, Leute! Hey, Goro-Boy! Goro, knallt noch einer ab! Leute! Und Kapuze hat sich vom Tata entfällt! Nein! Oho! Oho! Oude! Goro! Ich bin zweimal safe! Ouda! Ja, oida! Ouda! Ouda! So, Leute! TauTau und Fisk und ich sind safe, Kapuze! Ich bin auch safe! Kundran und McFly können sich duellieren! Wir haben doch gerade hier Goro mit mit! Wir haben doch gerade Fisk und hier Goro mit! Nein! Kundran und McFly können sich aber wirklich duellieren! Da ist McFly, du hast McFly, such Kunran, los! Dethys ist das Nefi, Dalu ist das safe? Was? Ne, nur ich und Nefi hab auch geschossen. Hallo, es war mein Kill, man. Wir haben Pixelspaß gekillt. Das kann sein, das kann sein. Wir haben Pixelspaß wirklich zu dritt gekillt. Ne, ne Auk. Ich hab ihn sogar überführt. Geht ne Auk. Trotzdem AK4. Deswegen, es müssen Maxi und Kunran, ihr könnt euch duellieren. Wo ist er denn? Der versteckt sich ja. Und draußen. Also draußen. Los hinterher, wir wollen uns das anschauen. Oh, ich hab Ballert in der Bibliothek mitgeballert. Da sind sie Leute, sie prügeln sich draußen. Ne. Ah ne, es ist TauTau. Ne, es war nicht. Da ist Kunran. Aus! Ich kann dir nichts kaufen. Das ist Punktraum. Also doch noch. Nein, Kunran hat das Duell halt. Wie war der Rest eigentlich jetzt safe? Das war für die Bullshit. Doch, weil wir haben zu dritt gegen Pixelspaß gemacht. Ja. Wir haben Pixelspaß zu dritt. Ich hab da jetzt einfach mal drauf vertraut, dass es richtig war. Und Kapuze? Kapuze hat doch auf Goro geschossen. Also ich hab Nils ganz einfach auf meine Hände getötet. Das war auch so abgemacht. Ja, das war so abgemacht. Ich hätte auch geschossen. Ich hätte auch geschossen. aber... Darf ich direkt eine Plasma am Anfang an den werfen? Da ist Maxi. Mir lieber, wenn ich hinter dir stehe. Ich pre-fire schon. Das sind halt Asia-Wochen, weiß ja. Es sind Asia-Wochen. Es sind Asia-Wochen. Asia-Wochen, ey. Asia-Wochen, ey. Asi-Wochen, ey. Asi-Wochen, ey. We-Guard-Levosa. Ist das safe? Ja. Ist das mit Leberwurst? Nein, nein. John Cena, geh weg. Ich will gar nicht um Leberwurst. Ich mag nur Erdbeerkäse. Oh! Oh, 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 oh. Au, ey, du fucklst'n Inno ab! We-Guard-Levosa. Das war da, du Gutsch. Hied-A-W... Hier, McFly! Feuerwaffe! TauTau, ich helf dir! Plasma! Es ist McFly, verdammt. Leute, TauTau ist es. Ne, McFly, der hat ein Baby in die Rumpel geworfen. Der ist durch die Küche durch in seinen Raum. What's that is it? Was, laberlich! Und Dalo ist es auch! Nein! Unten ist er, unten ist er, bei der Bücherei. McFly ist tot. Er schießt ihn nicht. Gut, Gaming ist auch Traitor. Moment, wo war der denn? Ne, wo war der denn? Nein, wirklich, wo war er denn? Der ist rechts gelaufen, wo du langgelaufen bist. Ja, meinst du jetzt rauf, oder? Goro, war es falsch! Hast du kassiert, Nefe? Hast du kassiert? Einfach so! Oh nein! Hey, warum schießt du auf mich? Ja, weil du böse! Ich hab auf den Nils geschossen. Ich hab auch auf den Nils geschossen. Alter! Oh, Dead Ringer in der Bibliothek! Er ist wieder im Dead Ringer, pass auf! Ja! Unten, unter der Treppe sitzt er! Unter der Treppe, Leute! Kapuze! Unter der Treppe! Moment! Moment! Da ist noch was vor, nicht! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Kapuze, wieso sterben hinter dir alle? Du bist Detective, ey! Ich bin der Letzte! Ich bin das Golderflückte! Hier bin ich! Mein Radar sagt mir! Hast du meine DNA? Warte! Da liegt auch her! Er war das! Oh! Oh! Dein Anfangskill, das war problematisch! Ich war in GoodCaming und ich stand direkt daneben! Ja, ich weiß, aber das hat doch keiner gesehen! Doch, hinter uns stand auch noch ein anderer! Der kam gerade um die Ecke und guckt uns nur an! Wir haben das gemacht! Wir haben das gemacht! Easy! Am geilsten war, wie ich den Detective durchs Fenster angeschossen hab! Er dreht sich um und geht! Nee, wie? Das war nicht! Vor allen Dingen, ich schieß dann den Detective fast tot! Und er reagiert nicht! Ich dachte nicht, ich dachte, hä? Jetzt werden wir eskaliert bei Nifi halt! Unter der Treppe, Leute! Unter der Treppe! Der war gut! Ich dachte, das wäre Nifi! Drei, zwei, eins! Es kann... Da! 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 Oh, Nifi hat einen gekauft! Na, ich bin hier reingegangen und hab geguckt, ob sie überhaupt... Ey, ey, Goro! Nifi hat hier drin eingekauft! Oh! Hä? Goro, soll ich dir mal dein Zimmer zeigen? Goro, soll ich dir mal dein Zimmer zeigen? Da, hier ist ein Baby geflogen, Mann! Hier ist das scheiß Baby! Ey, auf mich wird auch geschossen von Fisk! Ich war das nicht! Was sollte das jetzt? Fisk hat eben nicht geschossen. Ich hab das neben Kranz gelaufen, das hätte mich auch erwischen können! Nifi, Nifi ist es! Nein, ich hab dich noch nicht getroffen! Oh, sorry! Warte! Galu ist noch schon wieder! Irgendeiner hat jetzt... Nils hat jetzt... Okay, okay! Der... Er trifft mich dieses Mal wieder mit dem Turnshot, aber leider... Diesmal kein Headshot! Alter, die... Leider! Ist alles kaputt gemacht! Was ist das für eine Aktion, die Leute, die einfach mit ein Messer zu rissen? Die Boster war ja vom Baby! Läuft nicht! Das ist das Bloody Knife Pixel! Ja, ja! Das ist ein Traitor-Item! Sag mal Drama Bloody Mary, Galu! Ne, sowas mach ich nicht! Er ist abergläubig! Ja! Guten Tag! Ist er gläubig? Ja! Wie kommen wir denn hier rein? Nicht abergläubig! Bist du abergläubig? Wuhu! Koran! Pixelspaß hat mich auf der Liste! 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 Er verfolgt mich! Er hat hier hochgeflogen! Von wegen! Potsdas Leiche ist weg! Potsdas Leiche ist weg! Potsdas Leiche ist weg! Potsdas Leiche ist weg! Doch, als das reicht, habe ich einge-, äh, eingeräumt! Von Pots! Von Pots! Ich bin Zaubere von Pots! 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 Ey, Kondan, willst du es nicht versuchen? Ja, ich! Ich habe den Fert da getötet! Ich habe den Fert da getötet! Hä? Ich schiebe ihn nicht! Komm, Maxi! Ich überlege, ob ich auf Pixel schieße. Ey! Das ist Paco. Pixel-Spaß ist es. Habe ich schon. Ich hätte es vorher machen sollen. Pixel-Spaß, Pixel-Spaß. So, einer von euch ist eine Grenze. Pixel-Spaß kennt keinen. Pardon. Was machst du mit dem Fernseher, Toto? Pixel-Spaß kennt keinen. Pixel-Spaß kennt keinen. Ja, der kennt da keinen. Oh, Mann. Hey, aber jetzt gibt es, durch das es zwar Traitor-Tot sind, habe ich jetzt richtig schön fett einkaufen können. Danke. Was hast du kaufen können? Kaffee? Nee, diesmal nicht. Ich war der größte Camper. Nein, das ist Bisse. Hab Dalo auf der Liste. Dann mach ich doch mal. Ne, das sind zu viele Leute. McFly, Goro, oder Good Gaming. Ihr könnt's euch mal. Genau, wir können alle duellieren. Im Viereck. Na, warte mal. Was ist mit Kapuze denn schon wieder? Oder ist er schon wieder tot? Er ist in die Bücherei oben geflogen. Jetzt habe ich am Anfang gesehen, wie er oben gefloschen ist. Ist ja gerade einer gestorben? Er muss ja da hinten laufen. Der ist tot schon. Ich hab's geschafft, nur eine Tür aufzumachen. Pack aus. Steck dich, Goro. Die wissen, dass es du es bist. Okay, danke. Nur die Lampe noch. Hey. Ich kann mich bezählen jetzt. Ich kann mich nicht. Boah, der Stuhl. Kann man nicht den Fernseher mitnehmen hier? Oh, den Tisch kann man nehmen. Hey. Alter, das mit dem Dunkel ist ... Warte, hier. Ich kann nichts mehr sehen. Ich kann nichts mehr sehen. Ich kann nichts mehr sehen. Da war nicht Pixelspaß drauf. Haben wir noch mehr? What the fuck ist denn da drin? Was? Der muss doch richtig anheben. Hallo? Außen weg. Vorsicht! Ich kann nichts mehr sehen. Oh. 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 Barsch. Barsch. Goro war es. Aber geil war Pizzestrasse, dass Oma auf ihm rauskommt. Der ist mit dem Befi rauskommt. Alter, Goro, du hättest einfach schon ein Zina kaufen sollen. Oh ja. Wurde Goro jetzt zerquetscht? Er wurde zerquetscht Wirst du noch Spaß mit dir machen und dann wirst du zerquetscht Goro Tai, ey Goro Tai Das war richtig geil Bei uns im Chinesen Zirkus hier im Jazeim Chinesen Staatszirkus haben wir das gelernt Er musste aber noch ein bisschen an deinen Verrenkungsklästen Goro der Schlangenmensch Goro die Schlange Goro der Schlangenmensch Goro die Schlange Ich wollte Goro grad sein Zimmer zuweisen Dann hat er auf mich gespallert Ey könnt ihr mal den Tisch wegnehmen Goro und seine Schlange Nein Er schießt Er ist endlich geschossen Hey Botstar war jetzt schon Hä ich stand doch hier neben dir Kleiner Botstar Hier alter geh auf dein Zimmer Goro hat mich angeschossen Hände über den Gaming Hände über den Kopf Goro Drei Schritte zurück Ja von Goro Goro schießt heute echt viele Leute Ich untersuche Da ist einer Oh badly wounded Lügenpresse Jetzt können wir uns hier hinsetzen Nein, vielleicht kommt schon Sina in den Raum Ey Lügenpresse Wo ist McFly Wo ist McFly? Ey Da wird scharf geschossen Alter Ey wird abgestockt Chau 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 ist es Er ist tot Die Märtyrer Das waren Märtyrer Ich hab McFly getötet Alter Okay, okay Ich hab ihn doch erschossen Das ist gemacht Grants hat nichts getan Ich geh in meine Harry Potter Kamera Es wurden Fehler gemacht Hier der Smoke Ist nur der Smoke Mach dir nicht in die Hosen Das hat's gebippt Ich bin im Traitor Aber nicht hier drin Muss draußen gewesen sein Nee, das warst du Alles klar Edwinger Test Edwinger Test Edwinger Test Er hatte keinen Und Nephi, oder? Nein, nein, nein Ich hatte keinen Nicht so nah mit deinem Knie an der Tür Kann man durchschießen Du bist in die Knie Ich bin weggefallen He Boom Oh Euer Freunde kaputt Lass mich draussen Er ist noch hier Nein, er ist raus gerannt Was schön mit euren Turtles Spielen Ich hab Angst verringert Lass mich raus I like Turtles Highlight Turtles Highlight Turtles Align Turtles Kapuze Oh nein Läuft man ihr? Hey, nicht raus gucken wir Bleib mal schön dritten. Nefi, du spissst deine Zeko. Alter, oh Mann. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss.